mal zu freunde willkommen zurück zu einem weiteren park tamper we park wir spielen wieder dort weiter was jetzt mal aufgehört haben und zwar mit molder agent reyes reyes egal so ich spiele heute mal wieder mit facecam einen tag ohne einen tag mit irgendwie gefällt mir beides deswegen mache ich so alles weitere erzähle ich euch nach dem intro bis gleich so friends wir sind hier am quickie pal hier sind wir in der letzten folge stehen geblieben und hier haben wir nichts weitermachen können außer uns ein wenig mit dem inhaber zu unterhalten beziehungsweise haben wir erfahren dass der sheriff alle landkarten einfach so mitgenommen hat ohne dass wir sie benutzen oder einsammeln konnten das heißt wir werden das ganze im späteren spielverlauf erst wieder zu gesicht bekommen so und ich spiele einfach mal weiter ich gucke mir das ganze erst mal an was hier noch so rumsteht und dann werde ich die szenerie mal hier verlassen beziehungsweise werde ich dann mal wechseln zu meiner kleinen partnerin ich schaue mir das ganze mal die instruktion sei insert coupon for movie okay wir brauchen also einen coupon zum glück hat das ding die ganze nacht geöffnet wir gehen mal zu den toiletten alter okay hier sind wieder diese roten augen ich weiß nicht ich glaube ich bräuchte mal entweder eine lampe oder ich müsste am tag wieder kommen ich nehme mir mal okay gut wir gehen wieder raus wir kommen am tage mal wieder so und ich schwitze auf die nieder sie will mit ihrem plan weiterkommen so diese pigeon brothers brauchen irgendwas um den hydranten hier den hydrantron 3000 zu reparieren wir haben uns das ding in der letzten folge angeguckt mit molder und zwar brauchen die dafür ein ein bestimmtes werkzeug und das werden wir uns jetzt mal suchen gehe zu vakuum röhre vielleicht braucht das ding einfach eine neue vakuum röhre ich schaue mir das mal an betrachte vakuum röhre ok wir brauchen also eine leuchtende vakuum röhre wird wohl nicht die flasche sein das ding hier ist zu das ding hier ist auch zu das haben wir in der letzten folge auch gesehen nehme ich überhaupt auf ja so da wollen wir uns mal das hier ist eine gasse hier zu posten das gucke ich mir mal an an 87 mit opening later tonight at the hotel timbecon ist das sowas wie die gamescon oder was warum nicht ihren arm witzig kisten schachtel mülleimer ok gut wir schauen uns mal den mülleimer mal an wow ok scully wurde niedergeschlagen und weggezogen ach du scheiße schnell wieder zurück zur stadt ähm b street shit geht zum müllcontainer schaue ich mal rein kann ich den benutzen ich kann es nutzen wenn ich es möchte eine gute mögliche zu verhindern aus dem sinnvollen Inventor aus dem sinnvollen Inventor aus dem 6-Pack solltest du die Moppe vor dem zu spüren aus dem 6-Pack solltest du die Moppe vor dem zu spüren ich kann aber nicht etwas das ich bereits habe ach verdammt nochmal gebe plastikringe an Mülleimer nicht mit schäfer nutze plastikringe in Mülleimer so ansonsten glaube ich nicht dass wir davon irgendwas nicht gebrauchen können aber ich frage mich was mit scully passiert ist stört euch ja nicht dass ich immer scully und mulder sage oder ricks torten wow telefonbuch und ein münztelefon okay gut ich öffne mal die tür und gehe mal hinein oh gibt es hier Vakuumpumpen Mäuschen hey da wir gehen über die Kälte wo wir sprechen können okay jetzt um based on your sign ich erwischt dieses place zu sorry about that han das klingt wie eine interessante wendung das ist allerdings die wahr ich brauche nämlich so eine ich brauche eine röhre ich brauche eine röhre ähm wc war das glaube ich siebensechzig oh die hydrotron tuben wieder oh ja die pigeons bros ja ok ich werde es auf der stadt ich bekomme einen für dich du warte einfach da ich werde zurück bevor du es kennst das ist natürlich nett schreib es auf die rechnung von der stadt hier geht gib den pigeons meine röhre ist nett ist nett danke ist danke ist nett meine ich okay wir öffnen die tür wir gehen wieder raus mhm geh zum münztelefon ähm nicht öffnen benutze münztelefon was ist mit dem telefonbuch schau ich mir mal an uh ja das ist das 80 seelendorf hier oder was wäre ja wirklich witzig wenn man hier wirklich jeden anrufen könnte aber gut ähm ähm was ist mit 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 ray passiert scully ist ist dead park arcade mhm spielhalle okay öffne ich mal schau mal schau mal schau mal schau mal in den mülleimer schau mal ich benutze ne ich hab nichts mehr gehe zur sitzbank werbung die schau ich mir mal an schau mal 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 merci schau mal schau mal ok Was? Achso, das hattest du gerade eben schon gesagt. Sie wartet auf... Äh, das hab ich schon geklickt. Wissen Sie etwas über die gleichen Umfluss? Ja, ja, ja. Ich bin so glücklich, dass jemand es endlich rauskommt. Aber jemand hört Dinge, und ich habe auch eine Meinung, wer mit diesem witzenden Geschäft zu sein könnte. Tell mir, wer du denkst, der mit dem Körper zu verbinden ist. Na ja, ich liebe Dispersionen, aber ich glaube, es ist für das Gute der Stadt. Tell mir, was du weißt. Eigentlich... Nein, ich kann das nicht tun. Die Edmund-Reputation ist an der Stelle. Mann, bitte sag mir, was du wissen. Okay, es war meine Freundin Dolores. Ach, hör auf. Bodenbelagsprüfer, Pirat, Lederjackenverkäufer, Callcenter-Mitarbeiter. Pirat? Ich nehme Pirat. Nein, 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 nein. Es war viel schlimmer. Sie wurde... ...ein Videogame-Developer. Es begann ein paar Jahre zurück. Oh, Rückblende. Oh, Rückblende. Sie wollte nur eine Sache. Sie wollte nur ein Spielbesitzer für diese riesige Spielwerke. Mucous Phlegm. Uncle Chuck wollte etwas anderes für sie. Aber nein. Sie war zu selbst. Sie wollte nur schuldige Spielwerke machen. Ich muss aus dieser Stadt rauskommen. Uncle Chuck möchte mich, seine Faktoren-Computers programmieren. Aber ich wollte nur Spielwerke machen. Ich wünsche, dass ich einen Job bei einer Firma wie Mucous Phlegm-Games bekomme. Jetzt muss ich die einzige Sache, die ich darauf ansehen muss, ist meine Lieblings-Computer-Magazine. In Wahrheit sollte ich die Mailbox checken und sehen, ob sie noch gekommen ist. In Komma aus dem Thimbleweed Park. Okay. Da... Nutze ich mal den Computer. Mein state-of-the-art Commodore 64 ist jetzt aufgewandert. Ich bin angenehm, Spielwerke zu spielen. Ich will einen Job bei Mucous Phlegm, damit ich Spielwerke machen kann. Ich sollte die Mailbox checken. Vielleicht ist meine Computer-Magazine mit neuen Spielwerke. Was ist das? Thimbleberry-Cake. Okay. Trophäe, okay. Was ist das für eine Trophäe? Möchte ich jetzt echt mal wissen. Es ist das Mathe-Trophäe, den ich als 12 Jahre alt gewonnen habe, und ein Sommerprogramm an der Thomas-Bottemanns-School-Mathematik. Es ist aus solidem Püter, außer für das Infinity-Symbol, das ist pure Titanium. Oha. Vakuumröhre, okay. Print Tron 3000. Alle Tron 3000s. Jaha. Ist ja gut. Graphics Basic. Poster, Poster. Okay, wir öffnen die Tür. Ähm, gehe zur Halle. Mein Auge juckt. Sorry. Gehe zur Tür. Hm, gehe zur Tür. Vielleicht auch lieber hier hin. Briefkasten ist ja bekanntlich draußen. Gehe zur Mailtron 3000. Ein bisschen schneller. Hi there, George. I was just about the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure, it's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. Ich gucke trotzdem einfach mal in den Mailtron. Und es ist... It's our special Mailtron 3000 Mailbox. Postman comes once a day. Na gut. Dann schaue ich mir mal die Zeitschrift an. The best computer magazine ever. Mucos... Ich sehe den Zusammenhang, ey. So, was haben wir hier? Hast du das Zeug zu einem hochbezahlten Spieleprogrammierer? Mucos Flam Games. Die Schöpfer der Hits Three Lines of Haze und Behind Jaggy Lines. Suchen nach qualifizierten Bewerbern. Bewerb dich heute. Verbinde dich per Computer mit Mucos Flam für Details. Okay. Viele Überstunden. Pizza und gezuckerte Softdrinks. Arbeite mit Menschen, die dich nicht kennen wollen. Leicht angestaubte Arcade-Automaten in Ruhe. Und sie den Profit des Mutterkonzerns wachsen. Okay-do-kay. Wow! An ad for a job at Mucos Flam Games. My favorite game company. I hear they make movies, too. This could be a dream come true. I'm going to apply. Interesting. There's a modem number to call. Graham. Graham. Diggin' in the front green. Graham. Rose. Rede mit Doug. Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the front green. Mostly holes. Okay. You're doing a good job. Ah, Dolores. Diggin' in the front green. With my rusty shovel. Diggin' in the front green. We're digging in the front green. We're digging in the front green. Diggin'. Ha! I'll lick. You morg's to Graham. Meine Güte. Naja. Komm, wir gehen einfach mal hoch. Gucken uns hier einfach später mal um. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ähm. Ich glaube, das war das Zimmer, aus dem wir gekommen sind. Jawohl. Ähm. Betrachte das Tagebuch. Wähl dich mit dem Modem ein und fülle die M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. WELCOME TOG-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Also müssen wir auf jeden Fall noch fünf Tage hierbleiben. Den vollen Namen nehmen wir mal an Dolores. Ich glaube, das ist mit Großbuchstaben. Ich hatte irgendwann mal Business English irgendwann in der Schule, aber... Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Ähm, alle oben erwähnten. Very ambitious. We like that. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. Variables can be modified while debugging your program. Was? Äh... Richtig. Next question. How many actors can be displayed at one time? 4, 8, 16? Hm... Acht. Next question. What type of files are compiled scripts packed into? Bin? Ich glaube, Bin... Thank you for taking the mucus phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free to study up and take it again. Das war klar. Das war klar. Okay, gut. Das war klar. Ich drücke nochmal hier auf mein Tagebuch. Das ist mein komplettes Set von Nancy-Drew-Mysteries. Ich bin ein bisschen Fan, glaube ich. Okay. Es klingelt immer noch an der Tür, glaube ich. This is my complete set of Tolkien books, including three pristine sets of Lord of the Rings, the adventures of Tom Bombadil, the Cimmerillion, just to start. I reread them from time to time. That sounds like the doorbell. Es ist tatsächlich die Türklingel. Ich geh ja schon. Ich geh ja schon. Meine Güte. Die Fragen sind natürlich echt happy hier. Jaha. Ich komm ja schon. Hallo. Wenn du noch einmal klingel... Jaha. Meine Güte. George. Okay. Danke, George. Ich hab dich in den Lief. Ich. Wie erwartet, das Post Office's poorly programmed Auto-Stamp-Cancellation-Machine ist wieder falsch. Amateurs. Okay, das ist ja nicht so wirklich witzig. Ich hätte besser nicht öffnen können. Uncle Chuck weiß, wenn ich es lese, wenn die Envelope eröffnet wird. Okay. Gehe zur Tür. Ich öffne das Ganze. Vielleicht hat der Kollege hier irgendwo einen... Okay. Nen, ähm... Nen Buch über die Programmierung von Mucusflim. Nen ist der... Nen ist der... Okay. Ich öffne mal den Kühlschrank. Was haben wir denn hier? Gehe zur Dose. Nicht-Waren-Zeichen-Verletzender. Upsi. Nehme. Kann ich die jetzt trinken? Nutze. Ich fühle mich nicht, wie der Kühlschrank für eine nicht-Trainbar-Käse-Verletzender-Poopsie. Ketchup. Was haben wir denn noch? Salatkopf-Käse. Zu alte Batterien. Tut man die in den Kühlschrank? Gar nicht gewusst? Mikrowelle. Wenn ich den Brief in die Mikrowelle tue... Ach, komm schon. Benutze den Brief in der Mikrowelle. Ha! Warum wusste ich das? Schließ mal die Mikrowelle. Und dann nutzt man die Mikrowelle. Mal gucken, ob das geht. Öffne das Ding. Ähm, nimm dir mal den Brief. Die Brief ist heiß. Aber ich brauche Steam, um die Stampe zu entfernen. Steam, um die Stampe zu entfernen. Es ist eine Brief zu meinem Onkel Chuck. Wie erwartet. Die Postoffice's poorly programmete Auto-Stamp-Kanzelation-Maschine hat wieder verloren. Amateurs. Öffnen kann ich den jetzt nicht mehr. Okay. Mh. Ich öffne mal wieder den Kühlschrank. Ich nehme mir mal die... Ich benutze mal die Pepsi. Ach. Nehme mir die Pepsi. Gebe Pepsi an den Kühlschrank. Nicht. Okay. Gut. Ach, hier unten sind auch noch Schränke. Will sie nicht aufmachen? Es ist nichts drin. Okay, gut. Was haben wir hier? Finde Onkel Chuck in seinem Zimmer. Gut. Dann machen wir das als erstes. In der Werkstatt, hat sie gesagt, ist er, ne? So, beim Kamin wird da wohl nichts sein. Ups. Auf Öffner gedrückt. Kann ich die Tür öffnen? Indext schon? Kann ich mir das sagen, wo der... Es sagt, es gibt hier ein Buch auf Mucos. Es ist in Section 3.1. 3.1. Wo ist denn 3.1? Gehe zu Schild. Ich schaue mir mal das Schild an. Was denn genau? Die Wendeltreppe ist aus der Ordre. Das ist ein Buch. 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 Die Wendeltreppe ist aus der Ordre. Chuck die Pflanze. Ist das krass. Chuck ist in unserer Familie seit Jahren. Er ist eine gute Plante. Kann ich hier lang gehen? Ah, 2.7. 1.7. Ich befürchte, Sektion 3 ist da oben. Ich benutze mal das Telefon. Oh. 1.1.0. Alles klar, gut. Da werde ich jetzt wohl nicht sehr viel weiterkommen. 1. Ja, gut. Wirklich. Es scheint wirklich oben zu sein. Hier kann ich leider nicht weitergehen. Tja. Okay, gut. Out of order. Nutze die Wendeltreppe. Die Wendeltreppe sagt, es ist aus order. Gut. Dann komme ich also hier schon mal an das Buch irgendwo dran. Beziehungsweise halt nicht. Weiß aber, wo es ungefähr steht. Komm, geh ruhig mal weiter. Was ist denn hiermit? Äh, äh, äh. Okay. Was auch immer das gerade war. Ich werde noch verloren, nach all diesen Jahren. Warum denn? Das ist irgendwie verwirrend. Warum kommen denn hier dauernd irgendwelche Sounds? So ein Schwachsinn. Okay, es ist echt irgendwie witzig. Trotzdem würde ich ganz gerne. Franklin, du Idiot! Ich versuche nur, du, weißt, zu helfen. Ist das so schreit? Oh, gag me. Ich hoffe, mein Vater und mein Onkel Chuck nicht wieder kämpfen. Und seitdem die meisten der Maschinerie in der Pillow-Faktorie lebt, habe ich mit diesem, du weißt, großen Plan, die zu reparieren. Wir können sie benutzen, um, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Franklin, du Idiot! Die Firma ist Pillow-Tronix, nicht zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Wir machen Pillow-Tronix! Was glaubst du, das zu machen, zu unserer credibilität, unserer Reputation? Okay, Chuck, du bist, aber ich war all night auf dem Plan. vielleicht, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, es. Nein, nein, nein! Es ist Pillow-Faktorie! Du bist wieder kämpfst? Ich bin so schade, das. Deine Brüder! Geh, eine Pillow-Tronix. Du hast die Pillow-Faktorie zusammengegangen. Du kannst, du nicht überraschst, über die es? Nicht, du musst, zu beschäftigen, Dolores. Right, Franklin, alter Brüder? Ah, ja, du bist, du bist, und ich war, Ich denke nicht so. So, ähm, wir nehmen den Brief. Ach, wir benutzen den Brief in Rede mit Onkel Chuck. George hat diesen Brief für dich abgegeben. Chuck, ich habe etwas für dich. Was ist es, Dolores? Ein Brief, George, der Postman, hat gerade geliefert. Oh, ich habe das erwartet. Ich werde später mit dem reden. Okay. Ich möchte trotzdem noch mal mit dem reden. Ich möchte gerne spielen, die darin arbeiten. Du sollst netter zu meinem Vater sein. Er will doch nur helfen. Mein Traum hat, die Spiele zu programmieren. Nicht die Kissenverrückte leiden. Danke für den Plausch. Okay, wir reden einfach mal kurz mit ihm. Vielleicht eine Erfahrung, ja. Okay, wir sind ein bisschen vorsichtig. Okay, ich verärgere ihn mal ein bisschen. Okay. Es ist anscheinend nicht, äh, gewollt, dass wir ihn verärgern, beziehungsweise ihm das sagen. Regale. Okay, ich schaue mir mal die Regale an. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. Wie viele Mal habe ich dir gesagt, nicht meine Dinge zu bemerken? Aber als du, als du die Pilafactory übern hast, sind sie alle deine, wie du möchtest. Okay, Oszilloskop. Ich rede mit Onkel Chuck. Ich schaue mir mal das Oszilloskop an. Es ist Onkel Chucks custom-built multiband Oszilloskop mit Phase-Memorie-Monitoring. Kann ich es benutzen? Meine liebte Dolores, ich weiß, wie du meine Geräte benutzen möchtest. Und du kannst es alles, was du willst, als nächstes du den Pilafactory übern hast. Ich schaue mir das Gemälde an. Hmm, Onkel Chuck ist immer sehr touchy über dieses Bild. Ich frage, warum. Ich kann nicht mehr was sehen. Dolores, mein Lieber, nicht die Bildung. Du bekommst es zu und was ist hinter dem, nachdem du die Pilafactory übern hast. Aha. Es ist auf jeden Fall was dahinter. Solange er hier im Raum ist, kann ich das wahrscheinlich dann nicht machen. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Nutze die Tür. So, und jetzt würde ich ganz gerne diese Tür öffnen. Ich kann das nicht erreichen. Ich muss einfach weitergehen. Okay, wir müssen einfach weitergehen, bis wir... ...bis wir in die Bücherei gekommen sind oben, oder was? Ich gucke nochmal hier in mein Tagebuch. Wähle ich mit dem Modem ein und fülle da die Bewerbung aus. Okay, okay. Es ist jetzt wirklich so, dass ich hier... ...in der Tat... ...die, ähm, die Bibliothek aufsuchen muss. Gehe zur Halle. Pinching heißt also Kneifen. Witzig. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Schön, dass man was lernt, wenn man fremdsprachige Spiele spielt. Okay. Kommt also immer ein anderes Geräusch. Muss ich mich jetzt hier wirklich durchklicken? Das ist natürlich böse. Aber gut, ich würde sagen, das war es jetzt mal hier von diesem Part. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lassen wir gerne Bewertungen da. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall rausfinden, was es hier mit dieser... ...ja, mit dieser Irrfahrt auf sich hat. Und vielleicht können wir es sogar lösen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Koski. Tschüss.